Hi, ich bin GRIB104, das ist mein neues Album Empirium, insbesondere Bama Jarrah und das geht so. Als ich Helfer war klar, ich geh nicht aufs Güm, ich geh nur auf Real, aber dafür war da die Schule und mein schon zu Ende. Und MTV für mich da, ja. MTV Cribs mit Rapman, lasse das Cash in der Box drin, boxte dich weg bei Tekken, ohne zu gucken und freu mich auf Johnny Knoxville. Kids mit zu viel Kraft, kurz vor dem Kiffen und kurz vorm Schnaps, ängstlich wie alle, doch lach in die Cam, Alter, guck mal, wie krass, Alter, blutet das? Suchen uns aus, wer wir wären, du wärst Preston, weil der ist dick. Ich wär gerne so funny wie Steve, oh, bitte nicht Knoxville, denn der traut sich nichts, ja. Doch wahrscheinlich wär ich eher Bama Jarrah, denn ich streite mich täglich mit meinen Eltern, Brigitte und Willi und Phil und April, uh, unverwundbar. Zünd mal das Anspringen darunter, fahre mit D-Böller los an die Stelle, wo gestern ein toter Hund lag. Unverwundbar. Uns ist klar, dass wir Rap-Stars werden, niemals sterben, rock'n'roll wie Ryan, Chris und Aaron, uh, unverwundbar. Punk-Rock wie Johnny, Steve und Chris und wenn ein Stand nicht klappt, gib Hades und zurück, ja. Doch viele haben das nicht geschafft und Hades gibt auch kein mehr zurück. Und das hat nichts zu tun mit Kraft, sondern einfach mit Glück, ja. Bin 32, freu' meine Küche auf Softdau bei Foros und Cola und klick mich durch YouTube, krieg' ein Video-Vorschlag und werd' den Schlagnach sauber, ja. Beim Wein, da fragt es Porsche 911 von Ryan Dunn, aufgequollen und blass, ein bisschen wie ich, denn 20 Jahre sind lang, ja. Ich starr in ein trenntes Gesicht, in Fünzen, Spiegeln und Fenstern, doch auch Fotos meiner Kindheit zeigen nicht mich, sondern nur noch Gespenster. Meine Eltern werden älter, alte Freunde werden älter, ich ruf viel zu selten an, weil's so erinnert an das Ende. Seh' nämlich sehr nach Unsterblichkeit, schreibe die Songs aus Sicht von Vampiren, kann Nächte nicht hätten lassen. Gib mir noch Schotten, gib mir noch Bier, lass doch noch Club, lass doch noch Bar, lass noch Tanke, bisschen saufen vor den Ufern des Sticks, in den Nebel eintauchen. Und viele haben das nicht geschafft und Hades gibt auch kein mehr zurück. Das hat nichts zu tun mit Kraft, sondern einfach mit Glück, ja. Und viele haben das nicht geschafft und Hades gibt auch kein mehr zurück. Und das hat nichts zu tun mit Kraft, sondern einfach mit Glück. Rest in Peace an alle, die es nicht geschafft haben. Rest in Peace an Video World und Falkensee. Shoutouts ans Diffuse Magazin. Lasst ein Like da oder ein Kommentar. Und kauft das neue Album Imperium. Da steht frei, da eins constante. Da steht frei, da die Aufmerzen Platz. Oder die Scheibe wird nicht leer. Vielen Dank.